Was ist die Wirkung von Kamu Kamu? Kamu Kamu ist eine saure Frucht aus Südamerika. Bei uns ist sie vor allem beliebt wegen des hohen Vitamin C Gehalts. Eine Zitrone hat ungefähr 53 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Eine Paprika das Fünffache? Aber Kamu Kamu hat sogar 1000 bis 3000 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Kamu Kamu wird genutzt bei Erkältungen, bei Infektionskrankheiten, bei Zahnfleischbluten und wegen seiner Abnehmenwirkung. Einige schwören auf Kamu Kamu wegen seiner Anti-Aging-Wirkung, nutzen es wegen der Durchblutung oder Blutbildung und es gibt Berichte, dass Rheuma- oder Arthritis-Patienten von Kamu Kamu profitieren. Wie einnehmen? Einmal als Kapsel mit dem Extrakt mit 600 bis 700 Milligramm, davon reicht eine Kapsel pro Tag, oder täglich 5 bis 10 Gramm Kamu Kamu Pulver. Das ist ungefähr ein Teelöffel. Durch die hohe Nachfrage hat sich der Bestand der Pflanze bereits dezimiert. Also Kamu Kamu nur von eingetragenen Plantagen kaufen. Nutzt du bereits Kamu Kamu? Schreib es in die Kommentare. Ansonsten danke fürs Abo. Schau in die Infobox für weitere Gesundheitstipps und bis bald.